Hallo, ich bin Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, der neuen Finanzmarkt-NGO in Deutschland. Es gibt immer noch viel zu viele Finanzprodukte, die dem Verbraucher schaden, statt ihm zu nutzen, wo also Probleme in die Gesellschaft hineingetragen werden, anstatt über gut organisierte Finanzmärkte gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und deswegen macht mit, informiert euch auf finanzwende.de und sagt es weiter, dass wir gemeinsam es schaffen wollen und können, eine Finanzwende durchzusetzen.